Oh mein Gott! Nämlich dann so. Schön. Hier können wir dann noch ein bisschen flirten. So, und bevor wir das machen... Ne, das machen wir nicht so, sondern das machen wir so. Ich sehe noch irgendwo eine Glocke hin. Da, war ja klar. So. Wie viel habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Immer noch nur acht. Ja, wie mache ich denn das denn? Ich denke, so mache ich das. Dann kann ich nämlich diesen Zug machen und den Zug. Wunderbar. Und dann gebe ich mir nochmal wieder ein paar Züge. Oh. Ja. Und ich bin gerade am schauen, ob ich irgendwo Flirts finde. Aber Flirts sieht gerade gar nicht so gut aus. Ähm. Ich liebe das. Natürlich liebst du das. Können wir hier nochmal ein bisschen Glocken machen? Können wir hier nochmal ein bisschen was machen? Hier haben wir nochmal Sex? Nein. Ich bin sorry, aber das ist nicht sexy. Ja. Ja. Verdammt. Aber das ist da vielleicht... Shit. Ich brauche dringend mehr Züge. Fuck, fuck, fuck. So, da ist... Ich würde so gerne eine Super-Sex-Kombo haben. Aber ich sehe da gerade gar keine Chance. Keine Möglichkeit. Obwohl hier vielleicht... Dann kann ich nämlich nur den da machen. Dann mache ich... Nee, den mache ich nicht. Oh, warum nicht? Und dann... Die Züge gehen mir aus. Das ist echt schlimm. Die Züge gehen mir aus. Das ist echt schlimm. Ahhhh. So. Zum Kotzen. Also irgendwie habe ich es gerade total verbockt. Und dass der Dinger mir da auch noch was abgezogen hat, das hat alles noch viel schlimmer gemacht. Ich hasse sowas. Na, das finde ich auch kacke. Dann mache ich doch lieber sowas. Ja, wunderbar. Also Verzweiflungstat ist eigentlich das da jetzt nach unten. Ich denke nicht, dass das groß was bringt. Aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit. Und ich sehe auch nicht, wie ich mir irgendwie... Äh, ich hätte Sentiment Tokens machen können. Aber das bringt mir auch nichts. So, ich mache hier jetzt diese Talent-Kombo. Aber es gibt nie im Leben 200. Naja, 300 brauche ich. Ahhhh. Zum Kotzen. Naja. Gut. Das war dieses Date. Verdammt. Honestlich, Hon. Das ist nicht genau das, was ich hatte. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist so schön eingesackt. Ahhhh. Ärgerlich. Echt ärgerlich, muss ich sagen. Habe ich noch Food für Sie? Ne, habe ich nicht. Okay. Also wie gesagt, die... Diese Geschichte, das war echt ärgerlich. Und zwar super ärgerlich. Ähm. War natürlich auch dämlich, dass ich nicht vorher noch meine... Trades ein bisschen erhöht habe. Bei ihr zum Beispiel auf 6. Genau. Bei ihr auf 6. So, aber ich denke, wir machen jetzt wirklich mal... Ähm. Und Umschlag. Nämlich die Dinger alle da unten. Also, 3 davon kann ich machen. Ähm. So, machen wir mal den da. Machen wir mal den da. Und dann entweder dieses oder jenes. Ich denke, den da. So. Und ich denke, dann werde ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen. Vielleicht. Weil morgen ja schon wieder der neue Tag ist. Und neuer Tag bedeutet ja auch immer... Neues Mädel. Wobei, wie gesagt, ein Mädel kann ich ja eigentlich noch machen. Wir sind ja gerade am Morgen. Gut. Das heißt... Kiana bin ich ja voll. Audrey bin ich voll. Das heißt, Lola wäre die nächste. Niki könnte ich noch machen. Ähm. Jesse ist auch noch dran. Und Elia sowieso auch. Und zur Not gibt es ja auch immer noch Q. So. Aber ich denke, ich werde als nächstes mich mal ein bisschen um Lola kümmern. Ja. Das ärgere mich jetzt, dass ich für die so viel rausgeblasen habe und es nichts gebracht hat. Naja, gut. Wie gesagt. Lola, ich denke, wir gehen jetzt zu Lola. Lola ist nicht in der Stadt. Ähm. Dann können wir Niki machen. Oder Q. Wobei, ich Q eigentlich ganz gerne zum Schluss mache. Wobei, äh. Das natürlich ein bisschen dämlich ist, weil du ja immer noch Mädchen brauchst, zwischen denen du hin und her springen kannst. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zu Q. Oh. Alles klar. Du musst mich morgen besuchen. Genau. Äh. War ja auch gerade ein Wochenende voller Ficken. Äh. Oder so ähnlich. Und deswegen... Gut, du bist auf. Jetzt gehst du an. Ja. Wissen wir ja. So. Gifts. Nichts, was sie liebt. Unique. Das da. Food. Muss bei ihr gerade nicht so sein. Ja. Uff. Du hast so eine schuldige Geist. Das ist, warum wir so gut zusammenkommen. So. Der Spaß. Das heißt, wir quatschen erstmal einfach nur. Ansonsten wüsste ich ja nicht, wie ich jetzt sonst noch meine... mein Ding bei ihr verbessern könnte. Mein Honeyree Dingsbums. Alkohol. Klar, natürlich. Aber... Das hier ist normalerweise Alkohol und... Alkohol temporär. Und... Ähm... Wie heißt's? Genau. Diese Uniques. Alles andere erhöht das Zeug ja nicht, ne? So. Diese Gifts, die machen da nichts, soweit ich das weiß. Und Drinks. Dafür ist sie ja jetzt zu früh. So. Gut. Was magst du eigentlich? Alkohol im Mojito. Okay. Egal. Wir quatschen. Ich glaube, wir sind zur Outdoor Lounge gegangen. Too easy. I'll get you next time. So. Ich hoffe, dass du studierst, weil es Zeit für einen Test ist. Das ist wirklich die most obvieste Frage im Spiel. Was ist mein Job? Duh. Das war eine Softball-Fraktion. Ja. Das war's. So ziemlich. So. Ich denke, wir fragen nach einem kleinen Date. All right. Saddle up. Let's do this shit. Genau. Ich finde es so witzig, ne? Sie ist ja Love Fairy und findet es total toll und so. Und tralala und pipapo. Ähm. Das ist irgendwie so, wie es nach Hause aussieht. Außer weniger magisch. Das war's. Genau. Worauf steht's hier eigentlich? Flirt und Talent? Äh, ne. Flirt. Nicht so auf Talent. Ist egal. Als Erster ist Herzen. Das ist der Standardmechanismus. Hier. Herzi, Herzi. Die Herzen, die Herzen. So. Seh ich eigentlich noch irgendwelche Herzen? Nö, seh ich nicht. Gut. Dann gehen wir doch erstmal auf Flirt. Ähm. Ja. Das war wieder sehr clever. Dann. Bubidu. Bidu. 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 Okay, gut. Ich habe eine andere Melodie erwartet. Deswegen kam da gerade so ein Murks raus. Wenn nicht, dass sonst bessere Murks raus käme. Aber auch dieses Mal habe ich wenigstens eine passende Ausrede parat. Die mir natürlich keine Sau abnimmt. Bum. Bum. Bum, bam, 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 bam. So. Jetzt, komm, mach mal den Kreis hier weg. So. Flirt. Bam. Boah, ich sehe schon wieder nichts mehr. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich schon wieder zu lange spiele. Dabei ist es gerade mal 50 Minuten. Das ist echt voll lächerlich. Boah, ich glaube, das der wird wieder nichts. Hier, machen wir mal Roman. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Zeit. Ja, finde ich auch. Okay. Dann, hier auf jeden Fall, Herzen. Und dann, wo ist denn Flirt? Da ist Flirt. Da sind Glocken. Das ist ein bisschen ätzend, muss ich sagen. So, machen wir doch den da. Mois, sagt sie. Mois. Wobei, mir eigentlich fast lieber wäre. Naja, das bringt mir aber auch nichts. Nö, das bringt mir gar nichts. So. Und ach, fuck. Ich wollte natürlich wieder lustig kombinieren, aber das ist jetzt natürlich nach hinten losgegangen. So, ich bin gerade ein bisschen am überlegen. Mach ich den Scheiß? Oder mach ich den anderen Scheiß? Also. Ich weiß, der Scheiß ist heiß. Ach komm, was soll's denn? So, und hier rein. Oh ja, das ist... Ja klar. Oh ja, das ist ja klar. Okay. Okay. Vielen Dank.